Ich war mein halbes Leben lang nebenbei DJ und habe nicht nur gelernt, wie man die Stimmung auf der Tanzfläche hochhält, sondern auch auf die Wünsche unterschiedlichster Menschen eingeht. Das hilft mir auch in meinem Job weiter, nicht nur das Team zu motivieren, sondern auch auf Kundenbedürfnisse besser einzugehen. Gemeinsam betreuen wir große Firmenkunden aus unterschiedlichsten Branchen. Das ist extrem spannend und auch nach zehn Jahren lerne ich noch immer sehr viel dazu. Der direkte Kontakt mit meinen Kundinnen ist mir total wichtig, ob im Homeoffice, im Büro, im Rest von Österreich oder in ganz Europa. Weil so sehe ich die Visionen meiner Kundinnen Wirklichkeit werden.